Hallo, ich grüße dich, ich bin Sissi Göttling, spirituelle Lehrerin der neuen Zeit und möchte mit dir jetzt eine kurze Meditation machen, damit du ganz bei dir ankommst in diesen Moment. Nur dieser Moment ist wahr und wirklich, das zeigt dir dein Atem, du kannst nicht gestern atmen oder morgen, sondern jetzt. Lass deinen Atem ganz frei fließen und erlaube dir, dich zu entspannen. Wir werden jetzt gemeinsam deine Gedanken, die sich so im Kopf sammeln, absinken lassen in dein Herzzentrum. Automatisch wandert deine Aufmerksamkeit mit zu deinem Herzzentrum und du wirst ruhiger und ruhiger. Stelle dir vor, all deine Gedanken sind in einer goldenen Kugel gesammelt, die hinter deinen Augen sitzt. Und kein Gedanke ist jetzt mehr wichtig, der aus deinem Verstand kommt. Und du lässt die Kugel jetzt einfach absinken über deinen Hals in dein Herzzentrum. So verbinden sich deine Gedanken mit der Liebe, die in deinem Herzzentrum ist, von Anbeginn deiner Zeit. Und es wird ruhiger in dir und ruhiger. Jetzt ist die goldene Kugel in deinem Herzzentrum angekommen und darf dort verweilen, während unserer gemeinsamen Reise. Spüre und fühle dich. Spüre deinen Körper. Nimm dich wahr, so wie du jetzt bist. Genau so bist du gut und richtig. In diesem Moment bist du vollkommen einzigartig. du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, hier bist du also ganz in deinem Inneren, in die Stille wahr. Lass es still werden. In der Stille kannst du deine göttliche Essenz wahrnehmen. Denn du bist viel mehr, als du mit deinen Augen siehst. Du bist viel mehr, als die Gedanken und all die Menschen im Außen dir sagen. nimm dein inneres Licht wahr. Es ist einfach da. Du brauchst es nicht erst zu suchen, es ist. So wie die Liebe sie ist. und dieses Licht in deinem Herzzentrum dehnt sich jetzt aus. Und du dehnst dich mit aus. Es ist, wie wenn die Sonne erwachen würde, aufgehen würde am Himmel. So geht dein Licht jetzt auf. Es wird heller und heller. Weiter, größer. Es durchstrahlt all die Mauern, die du vielleicht aufgebaut hast um dein Herz. Weil du Angst vor Verletzung hast. Angst, dich nicht zu zeigen oder genug zu sein. Dieses Licht durchstrahlt ganz locker und leicht alle Mauern. Das Licht erhellt jede Dunkelheit. Und du darfst es noch größer machen, bis es sich in deinem ganzen Körper ausdehnt. Und desto widerstandsloser und absichtsloser du bist, desto leichter geht es. So wie bei Kindern, spielerisch und leicht. Hab Spaß daran, dein Licht größer zu machen. Weiter. Und es gibt auch keine Grenzen, die dir dein Körper setzt. Es durchstrahlt jetzt auch deinen Körper. Erleuchtet deine Aura und deine Schwingung erhöht sich. Licht und Liebe erhöhen deine Schwingung. Deine Aura beginnt immer mehr zu leuchten und deine Ausstrahlung wird wunderbar. Dehne es noch weiter aus über über all deine unsichtbaren Körper. Es durchstrahlt den Ätherkörper, den Emotionalkörper, den Mentalkörper, den spirituellen Körper und noch weiter über den Raum hinaus, und noch weiter. Du wirst erkennen, es ist grenzenlos. Bis über den Ort hinaus, wo du wohnst und noch weiter ins ganze Universum bist mit allem verbunden. immer weiter unendlich und ewiglich strahlt dein Licht. Bist wie eine große Sonne und so wie die Sonne alle Menschen gleich bestrahlt. keine Ausnahme macht, so leuchtet auch dein Licht für dich und für alle. So erhältst du dich und die Welt. Wunderbar. Nimm einfach wahr, wie weit es dir heute möglich war und nimm und nimm dies an. In diesem Moment ist es genau richtig so. Gut für dich und für deinen heutigen Tag. halte immer wieder kurz inne im Moment und nimm dieses Licht wahr, das so wunderschön ist und das deine Essenz ist. Und jetzt komm wieder bei dir an. Spüre und fühle wieder deinen Körper, strecke und dehne dich und geh wieder durch den Tag Schritt für Schritt und du hinterlässt leuchtende Spuren. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du mit mir diese Reise gemacht hast. Wenn du Lust hast, dann komm in meine Gruppe. Die Gruppe nennt sich deine göttliche Essenz Einfach Sein. auf Facebook ist sie zu finden und wenn deine Seele es möchtest, findest du mich natürlich ganz leicht. Ich habe auch eine Fanpage. Einfach Sissy Göttling eingeben und schon bist du da, damit wir gemeinsam auf dem Weg sein können. Auch siehst du einen Link, wie du auf meinen Newsletter kommst und den Newsletter, der vollkommen freiwillig natürlich ist, bietet dir viele Meditationen, Geschenke und Botschaften. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Alles Liebe. turning zu Vielen Dank.